Franz war ein überragender Spieler, aber er war ja viel mehr als der Spieler. Er war ein toller Mensch, der die Leute respektiert hat, mitgenommen hat. Einfach überragend in allen Beziehungen, muss ich klar und deutlich sagen. Ich habe ihn erlebt als meinen Kapitän bei Bayern München, meinen Trainer in der Nationalmannschaft, meinen Präsidenten oder unseren Präsidenten bei Bayern München und er war wahrscheinlich der globalste Mensch, der je im Fußball stattgefunden hat. Der Tod von ihm, muss ich klar und deutlich sagen, hat uns alle, mich insbesondere schockiert, als ich das gehört habe. Ich wusste, er ist schwer krank, aber als es dann leider verkündet wurde, muss ich offen und ehrlich sagen, da war ich ganz schön betroffen. Ohne Franz Beckenbauer wäre dieser FC Bayern nie das, was er heute darstellt. Die Mannschaft, die damals aufgestiegen ist in den 60er Jahren, das war er, der die schon damals angeführt hat als junger Bursche. In den 70er Jahren die Mannschaft als Höhepunkt, dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, Weltmeister geworden, Europameister geworden mit der Nationalmannschaft. Franz Beckenbauer hat den deutschen Fußball geprägt wie kein Zweiter.